Groß Alarm, Krebszahlen steigen. Und das sogar bei Jugendlichen. Die Zahl der Krebserkrankungen nimmt weltweit zu. Bis vor Jahren glaubte ich das erst einmal nicht und schob das auf mein beruflich bedingtes, subjektives Empfinden, dass die Krebszahlen steigen würden. Aber mehr und mehr ließ sich diese Tatsache nicht weiter verdrängen, dass Krebs immer mehr zunimmt. Ich hatte hier an diesem Ort vor Jahresfrist auch schon geschrieben, wie reflektorisch Ärztinnen und Ärzte meistens darauf antworten, wenn man sie fragt, woran es wohl läge, dass Krebs immer mehr zunimmt. Deren Antwort ist dann fast immer einhellig. Das liegt an dem hohen Lebensalter, was wir Menschen dank der Medizin erreichen. Früher haben die Menschen ihren Krebs nicht erlebt. Jetzt ist es anders. In meiner mir eigenen Ungläubigkeit reagiere ich auf so etwas stets mit dem Hinweis auf die zahlreichen Naturvolksgruppen, die in hunderten von Jahren nicht eine einzige Krebserkrankung zu verzeichnen haben, jedoch wesentlich höhere Lebensalter als wir sogenannten modernen Menschen erreichen. Naturvölker kennen nicht einmal ein Wort für Krebs in ihrer Sprache. Und dann kommt noch die bei uns stetig steigende Zahl der Leukämien bei kleinen Kindern dazu. Jährlich steigt die Zahl der Kinder, die an Leukämie erkranken, um ca. 1% und das jedes Jahr. Auch das dürfte nichts mit dem hohen Lebensalter zu tun haben. Tatsache ist, dass die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Eine Langzeitstudie aus den USA zeigte, dass die Fälle der Krebserkrankungen bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren um mehr als 25% anstiegen. Eine Langzeitstudie aus den USA zeigte, dass die Fälle der Krebserkrankungen bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren um mehr als 25% angestiegen sind. Daten in Deutschland fehlen zwar, doch wir können hier mit ähnlichen Zahlen rechnen, da unsere Lebensumstände denen in den USA immer mehr ähneln. Bis 2030 werden weltweit 21,6 Millionen neue Krebsfälle im Jahr erwartet. Im Vergleich 2012 waren es noch 14 Millionen. Dies erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch die Todesfälle durch Krebs werden demnach von 8,2 auf 13 Millionen jährlich ansteigen. Sollten denn wirklich die vielen Anstrengungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu keinem messbaren Erfolg gegen Krebs führen? Seit ca. 30 Jahren ist es in Anschein, dass wir im Kampf gegen die Todesursache Nummer 2 nicht vorankommen. Es gibt immer nur Ankündigungen dazu, dass nun endlich das jeweils entscheidende Gen gefunden sei, mit dem man Krebs abschalten kann. Leider sind diese Pressemitteilungen nur Versprechungen, die sich bisher in keinem klinischen Fall bestätigen ließen. Es scheint auch so zu sein, dass diese sogenannten, in Anführungsstrichen, sensationellen Erfolge nur Mittel zur Geldbeschaffung, zur Forschung in eine Richtung darstellen, die sich längst als falsch erwiesen hat. Überhaupt scheint bei uns das Geld die Hauptrolle im Zusammenhang mit Krebs zu spielen und nicht etwa, wie es zu erwarten wäre, die Gesundheit des Menschen. So ist es eben unter gesellschaftlichen Bedingungen, wo Gesundheit sich dem Profitstreben unterzuordnen hat. Hier komme ich nochmals zurück auf die Naturvölker, die Krebs nicht kennen. Bei ihnen ist Gesunderhaltung, die Heilung von Krankheiten, nicht ein Sklave des Profits. Sollte das vielleicht ein Schlüssel sein für glückliches Leben ohne Krankheit? Gesundheitswesen ohne Profitorientierung? Dazu kommen bestimmt noch einige andere Faktoren der Lebensumstände, wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung und psychische Ausgeglichenheit des sozialen Zusammenlebens. Letzteres wäre ohne Diktatur des Profitstrebens vielleicht sogar schon automatisch erfüllt. Doch wir haben nun einmal ein dem Profit untergeordnetes Gesundheitswesen, worüber so manche politische Orientierung sogar stolz zu sein scheint. Damit können wir erst einmal nur zur Kenntnis nehmen, dass jährlich ca. 300 Milliarden US-Dollar allein für die verabreichten Substanzen der Chemotherapien gegen Krebs eingesetzt werden. Je nach Standort kann man sagen, welch ein großes humanes Werk zur Bekämpfung von Krebs. 300 Milliarden lassen es die Menschen sich kosten, um Krebs zu besiegen. Man kann aber auch richtig realitätsgetreu zur Kenntnis nehmen. 300 Milliarden US-Dollar Umsatz für die Pharmaindustrie jährlich. Allein für Chemotherapie. Welch ein Geschäft. Doch sollten wir bei diesen Umsätzen und wahrscheinlich auch astronomischen Gewinnen einerseits und dem enormen gesellschaftlichen Aufwand andererseits nicht auch aus dem Auge lassen, welcher Effekt dabei erreicht wird oder eben welcher Effekt nicht erreicht wird. Wir reden hier über eine Therapiemethode, die vielleicht im Kampf gegen Krebs weltweit zu gerade einmal 1 bis 2% erfolgreich ist. Das wäre der Nutzen für die Menschen. 1 bis 2%. Der Schaden ist schon damit beschrieben, dass wir oft ganz erstaunt sind, in Anführungsstrichen, wie gut derjenige oder diejenige die Krebschemotherapie vertragen hat. Und dabei gibt es längst erfolgreiche Verfahren. Ich schrieb schon mehrfach darüber oder handelte dieses Thema in meinem AgilSmart ab. Herr Dr. Caldwell hat in seinem beruflichen Leben gezeigt, dass mit Methoden jenseits von Vergiftung mit Chemotherapie-Substanzen sehr wohl Erfolge gegen Krebs zu erreichen sind. Er verfügt über mehr als 400 Methoden gegen Krebs und ist mit ca. 93% erfolgreich. Das ist nachgewiesen. Sehen Sie sich unten im Text im Link seine Argumente an und folgen Sie seinem Beitrag auf YouTube. Kürzlich habe ich aus dem Buch Krebs ist ein Pilz von Dr. Simozini gelernt, dass mit einer einfachen Substanz, nämlich Natrium-Bicarbonat, ein erfolgreicher Kampf gegen Krebs möglich ist. Damit ist Dr. Simozini seit mehr als 35 Jahren erfolgreich. Warum haben die meisten Krebspatienten davon noch nichts gehört? Die Zahl 300 Milliarden US-Dollar ist die Antwort. Ich habe ja schon im Zusammenhang mit meinem Gerät AgilCare auf die entscheidende Rolle von Parasiten im Zusammenhang mit Krebs und mit anderen Krankheiten hingewiesen. Daraus ergeben sich auch die von jedermann ausführbaren Anwendungen zur Ertüchtigung des eigenen Abwehrsystems. Denn nur der Mensch allein kann sich heilen von Krankheiten. Die Bedeutung von Parasiten im Zusammenhang mit zahlreichen Erkrankungen wird jetzt auf dem Gebiet der Krebserkrankungen sogar von der Schulmedizin anerkannt. Letztlich berichtete ich darüber, auch in Agismat, dass der TV-Sender Arte die Forschungsergebnisse der Heidelberger Wissenschaftler dazu brachte. Darin heißt es, dass die meisten Krebsformen durch Parasiten entstünden. Der Nachweis zu dieser Tatsache ist also da. Bereits seit den 1920er Jahren hat das Dr. Rife durch umfangreiche Forschungen schon bewiesen. Mehr noch, er hat mit seiner Frequenztherapie die Frage nach der geeigneten Therapie gegeben. Mein Agilcare wurde nach Dr. Rives Gerät konstruiert und ist seit November 2016 zu einem von jedermann bezahlbaren Preis erhältlich. Somit könnte Agilcare in jedem Haushalt genutzt werden. Wenn nun selbst die Schulmedizin die enorme Bedeutung der Parasiten bei Krebs erkannt hat, so sollte man meinen, setzt sie auch zugehörige Verfahren zur Therapie ein, die weitestgehend ohne Risiken zu Nebenwirkungen oder Folgeerkrankungen auskommen. Weit gefehlt. Wie dem oben genannten Artebeitrag zu entnehmen ist, suchen nun die Wissenschaftler nach geeigneten Medikamenten. Das sind wiederum Chemosubstanzen. Diese, die den krankmachenden Parasiten den Chaos machen sollen. Das ist nach meiner Meinung ein fataler Weg. Die durch Antibiotika erzeugten Resistenzen von Bakterien und das dadurch entstandene weltweite Problem der nicht behandelbaren, also nicht mehr behandelbaren, gefährlichen Infektionen sollte eigentlich klüger gemacht haben. Doch scheint der falsche Weg durch die jährlichen 300 Milliarden US-Dollar gewiesen zu werden. Das könnte man verdienen. Und nicht beim Einsatz des von Dr. Reif erfundenen Verfahrens mit Agilcare. Auch das Natriumbicarbonat von Dr. Simozini würde keinen mit der Chemo vergleichbaren Profit bringen. Natriumkarbonat ist die andere Bezeichnung für Backpulver. Nein, die Wissenschaftler orientieren sich offensichtlich nach den Möglichkeiten der Finanzierung ihrer Forschung durch die Industrie, durch die Pharmaindustrie. Diese zahlt nur für erhoffte Profite. Wo bleibt die gewünschte Priorität der Gesundheit der Menschen? Offensichtlich wird diese dem Profit weiterhin untergeordnet. Was tun? Der Einzelne kann nicht auf absehbare Zeit eine Änderung des Systems erwarten. Für sich selbst kann er jedoch schon heute viel tun, sei er erkrankt oder sei er gesund. Er kann sich informieren, wie Leben ohne Krankheit zu erreichen ist und wie er Zugang zu Methoden erhält, die ohne Gefahren, Risiken, Nebenwirkungen oder Folgeerkrankungen auskommen. Ich empfehle den Infodienst AgileSmart. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Beitrag.